So messen Sie Ihr Fenster richtig aus, damit das bestellte Rollo perfekt passt. Messen Sie von einer Innenseite der Scheibe bis zur anderen den Abstand. In unserem Beispiel sind es 78 cm. Dann addieren Sie 5 cm zu dem gemessenen Abstand hinzu und Sie erhalten Ihre Bestellbreite. Heraus kommen 83 cm. Liegt dieser Wert zwischen zwei Breiten, stellen Sie bitte die nächsthöhere. In unserem Beispiel wäre die richtige Rollo-Größe für Ihr Fenster also 90 cm.